Ja Leute, ich wollte nochmal sagen, vielen vielen Dank für die 200 Abos. Schön. Ja, vielen vielen Dank für die 200 Abos. Es ging relativ schnell und wir kriegen bald die 30.000 Abos. Dann kriege ich YouTube-Rang auf Hypixel. Deshalb abonniert mal, damit ich YouTube-Rang kriege, weil ich will die YouTube-Rang haben. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, die Bildschirmaufnahme ist nicht an. So, jetzt. Die war einfach raus. Ja Leute, dass sich einer aus meiner Klasse gewünscht hat, dass ich mal wieder mit diesem Soundpack spiele, wo alles so laut ist, mach ich das heute. Grüße gehen raus an Lara. Wir gehen direkt in eine Runde. 4 gegen 4 und der echte Bastige AG ist am Start. Äh, wir sehen ihn hier in Tab. Ich hab diese ultra übertriebenen Sounds von diesem Pack so gar nicht vermisst. Wirklich so gar nicht, Junge. Okay, oh, ich bin mit diesem absolut echten Bastige AG in der Runde. Ja, let's go. Ha! Äh. Ah! Lol. Er wurde gekickt für AFK sein. Was ein L. Ui, oh. Digga, ich hab gerade rechtzeitig angefangen, das Bett zu defenden. Oh, Leute. Junge, das klingt alles so ultra durcheinander, weil alles so laut ist. Wir werden... Digga, was war da los? Hilfe! Junge! Ja, ich hoffe, sie sieht dieses Video, weil sonst hab ich dieses Video komplett umsonst aufgenommen. Hier ist niemand genickt. Das find ich sehr, sehr nice. Ah, wieder diese Schmutzmap, Digga. Ah! Ist no fake. Hm, definitiv. Ach man, wir sind nur noch zu dritt. Invis, invis, invis. Oh, oh, oh. Wut, 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 wut. Digga, wir sind nur noch zu zweit. Zu zweit. Was würde er machen, wenn ich jetzt auch liebe? Digga, wir sind einfach nur noch zu zweit. Und er ist Hypixel-Level 6. Und alles ist ultra laut. It. Er ist auf one. Yes. Kennt er mich, oder was? Hä? Oh, der Teammate ist wieder da. Unser Teammate. Er ist wieder da. Er ist wieder gespawnt. Oh, Digga. Ich hab voll reduced, Junge. Das ist alles ganz schlimm hier. Ah! How the f*** did y'all kill each other? Oh, ich hab auf mit zwei F geschrieben. Ja, ich bin ja auch, äh, ich bin auch ein L im Schreiben, ne? Digga, was ist das alles so laut hier? Das ist alles so, äh. Er braucht safe Hilfe. Was, was brennt hier so? Ah, Digga, das ist alles ganz laut. Das ist alles ganz schlimm, Junge. Ah, Digga. Aber ich bin auch mit solchen Leuten im Team, ne? Er ist Hypixel-Level 12 und mein anderer... Mein anderer Teammate ist Hypixel-Level 6. Oh mein Gott. Digga, hab ich mich erschro... Digga, wie laut war das? Ich könnte Invis gehen. Soll ich Invis gehen, Leute? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was zum... Lol, alle Betten werden schon in 5 Minuten zerstört. Nein, ich hatte ihn fast. Oh mein Gott. Digga. Oh man, ey. Lol. Wir sind wieder zu viert. Das legendäre Team ist wieder da. Jau! Oh. Ich hab mir doch ein Gap gekauft. Wo ist mein Gap hin? Ey, Digga. Sonedgy, falls du die Stelle findest, wo ich den vielleicht gedroppt habe oder so, mach dir mal ein Replay. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Äh. Äh, äh, äh. Eisenschwert. Ey, nein. Lol. Hä? Hier kostet ein Diaschwert nur 3 M's? Okay. Wusste ich nicht. Aber okay. Oh, Digga. Wir verrecken gerade. Kollege, warte. Warte, warte, warte. Kollege, nein. Geh nicht rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh nicht rein. Wir werden uns schon wieder weg. Dann Probieren wir den Weg. Geh nicht rein. Geh nicht rein. Wir werden uns schon wieder weg. Let's go So sorry Oh Junge Digga wie ich diese Runde geholt habe Alter Oh Digga Hier bitte nochmal ein Replay davon Wie ich diesen Typen Gejumped habe Ja und hier nochmal ein Replay davon Wie ich den ersten gefallene Killed habe Ja danke Oh Junge Was Ich pickste Level 33 und MVP plus Why Alter wie sich das anhört Digga Er ist gelieft Wow Raren Digga Das ist alles so laut Das ist alles so schlimm Alter Digga Was leckt der so Und ich glaube ich habe schon mal gegen ihn gespielt So GG Ja Leute das war es von diesem Video Wenn es euch gefallen hat Lass gerne eine positive Bewertung da Ich hoffe Lara sieht dieses Video Wenn nicht dann haue ich sie halt Bis zum nächsten Video Bis dahin Und ząi Shhh Tah ан An 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 Untertitelung des ZDF, 2020